Hallo und herzlich willkommen zu Doors. Ich wünsche dir bei der Folge von heute viel Spaß. Heute öffnen wir das nächste Türchen und dieses heißt das Auge der Zeit. Ja, wir schauen uns hier einmal um. Hier sehe ich auch schon, ich denke mal, diese Zahnräder können wir aufheben. Hier können wir noch etwas aufklappen, da haben wir den blauen Edelstein. So, ich denke mal, hier kommt ein anderes Zahnrad rein, das wird hier nicht rein. Oh doch, da werden wir aber noch andere Zahnräder finden müssen. Hier haben wir eine Uhr, wo wir noch nicht wissen, was wir damit machen. Hier haben wir irgendeinen Mechanismus. Hier ist noch eine Klappe. Hier bekommen wir erst einmal den roten Edelstein. Und unsere Notiz. Eine Zeit lang waren wir glücklich und wir wurden mit allem versorgt, was wir brauchten. So, dann haben wir hier in diesem Kapitel auch schon alles gefunden, Edelsteine und Notiz. Hier bekommen wir noch ein Zahnrad. Das setzen wir dann hier noch mit ein. Okay, hier haben wir jetzt irgendetwas, wo wir gucken müssen, was genau wir damit machen. Das hier können wir irgendwie drehen. Aber die Dinge, die da drauf liegen, kann ich mir nicht nehmen. Ah, okay. Wir müssen jetzt hier immer die... Auf die... Moment. Ups. Ich muss das hier immer so treffen. Oh, zu früh. Ach, okay. Hier schaltet man ein, ob man kurz oder lang treffen möchte. So, jetzt brauchen wir wieder lang. Lang. Ne, muss bei lang bleiben. Und der letzte. Wir haben einen Griff. Und wo setzen wir jetzt den Griff ein? Hier? Nein. Hier kommt er nicht hin. Hier auch nicht. Also, was das hier ist, keine Ahnung. Ach, hier vielleicht. Ne, hier kommen wir unten nicht ran. Und das hier können wir zwar irgendwie drehen. Aber so wirklich etwas machen können wir hier noch nicht. Hier kann ich ansonsten auch nichts machen. Haben wir da oben? Kommt das vielleicht hier hin? Ah, okay. Gut. Und, äh, nu? Gut. Jetzt haben wir einen kleinen Zeitsprung. in die Vergangenheit gemacht. Sehr gut gemacht, finde ich. So, ein Mechanismus-Teil haben wir bekommen. So, dann wirst du wahrscheinlich hier irgendwie mit reinkommen oder doch nicht? Hier kommt das auch nicht mit hin. Ach, hier vielleicht... Moment! Hier irgendwie mit drauf packen. Wo kommt denn jetzt der Mechanismus hin? Also hier haben wir irgendwas. Hier ist ein Dreieck, oben ist ein Stern, Viereck und Kreis. Aber wo genau geben wir das denn jetzt ein? Hier zurück kommen wir nicht. Und hier kann ich im Prinzip auch nichts machen und das hier will ja auch nirgends wohin. Ach, wird wahrscheinlich hier rankommen. Gut, oben weiß ich auf jeden Fall. Muss man das hier irgendwie drehen? Ah, okay, so geht das. Also oben kommt auf jeden Fall das hier hin, den Stern. Das habe ich mir gemerkt. Dann kommt da das Dreieck, da das Viereck und unten der Kreis. Ja, und wir haben das Türchen geöffnet. Ich fand dieses Rätsel war wirklich sehr, sehr schön gemacht. Level 3 abgeschlossen. Auch hier wieder alles gefunden. Die Notiz, die Edelsteine. Und morgen gucken wir uns Ozean Odyssee an. Das war heute die Folge mit Doas. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.